Hallo zusammen, ich bin Lionel. Ich bin im dritten Lehrjahr als Anlage- und Apparatenbauer Fachrichtung Schmidentechnik bei Flückinger & Co. AG. Ich möchte euch heute meinen Arbeitsalltag zeigen. Kommt doch mal mit. Mir gefällt einfach die Kameradschaft, dass es jedem hilft. Die Wärme gefällt mir auch und dass man durch den Druck auf das Pedal eigentlich so eine Kraft aufbringen kann, die dann Stahl massiv umformt. Nach der Lehre möchte ich weitermachen, noch mehr Technik lernen, wie man es besser und schneller machen kann. Aber mit Sicherheit werde ich auf dem Brot bleiben. Das wäre mein Arbeitsalltag gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert, wieder Lust herzuschicken, doch eine Werbung. Ende von Fertig. 22. Wir brauchen Edelbeid. Das war dream. Und das war ein Ratsch. Wir brauchen Edelbeid. Wir werden uns auf 100 Euro verursachen. Vielen Dank.